Die neue Zirkeldressur ist da und nachdem ich mich irgendwie nur einmal kurz ins Training gestürzt habe und es auch noch verkackt habe, bin ich jetzt definitiv bereit für unseren Zirkel für Experten und wir stürzen uns in die neue Dressur und hey, ich glaube ich habe es verstanden wie es funktioniert, oh Gott, ich hoffe es. Auf jeden Fall, dass ihr gedacht, das sparen wir uns, aber wir sind Profis und verbeugen uns. Perfekt. Kanta. Ich glaube es ging links rum. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Nein, es ging rechts rum. Nein, 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 oh Gott. Ja, easy. Gib nicht auf. Danke, liebes Spiel. Moment, nein, 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 oh Gott. Egal, jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir es besser. Ich war abgelenkt, weil ich nicht aufgeben sollte. So, das hier ist wieder easy. So. Perfekt. Jetzt wissen wir, es geht rechts rum. Easy. Und dann wissen wir auch, dass es jetzt im Trab nach rechts geht. Nein, Moment, das ist ein Zirkel. Ha. Nein, das ist doch geradeaus. Okay, okay. Noch ist alles möglich. Alles ist möglich, solange du wild bist. Genau, genau, genau. Einmal Kringel, Wingel, Trab. Noch einmal. Sehr gut. Konzentration. Weiter geradeaus, glaube ich, oder? Ja, perfekt. Dann der Galopp. Einmal quer rüber, das erinnere ich mich noch. Irgendwo haben wir jetzt nochmal uns gekringelt. Das weiß ich noch. Trab. Und dann noch... Genau, genau, genau. Nach rechts im Schritten. Ja, das ist doch easy. Schrittzirkel jetzt nach rechts. Die Menge applaudiert. Ich hoffe, es ging geradeaus. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich bin hier teilweise schon immer ausgestiegen. Sehr gut. Oh, bitte, bitte lass es geradeaus sein. Bitte nicht nach rechts. Hier rüber. Oh Gott. Nochmal im Trab. Oh mein Gott, wir haben es. Hoppala. Yes, Mann. Zirkel-Tressur erfolgreich beendet mit... Ach, komm. Diese 10 Punkte sind für die Galerie geschenkt. Sehr, sehr nice. Wir haben die schwere Zirkel-Tressur erfolgreich weggezirkelt, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie für euch die schwere Zirkel-Tressur war. Habt ihr sie auf Anhieb geschafft? War sie für euch so schwer? Oder, ja, habt ihr euch genauso wunderbar angestellt wie ich gerade? Ich sage, danke fürs Zuschauen. Und auch viel Spaß auf dem Reizsport. Ihr werdet letzte Woche es angebracht. Nichts vergessen, was ihr noch absolvieren wollt. Denn ansonsten habt ihr ein Jahr lang wieder keine Zeit dafür. Denn das kommt erst im nächsten Jahr wahrscheinlich so dann wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.